Macht er gut! Und er geht am Gegenspieler vorbei. Super Pass! Jetzt wird's gefährlich. Das ist die verdiente Führung. Die bessere Mannschaft macht das Tor. Super Treffer. Was für eine Technik. Was der alles drauf hat am Ball. Wir haben es wieder gesehen. Ein herrliches Tor. Okay, dieses Tor gucken wir uns gerne nochmal aus einer anderen Perspektive an. Grund zur Freude auch am Spielfeldrand. Seine Mannschaft macht das hier bislang richtig gut. Das ist die Führung. Vielen Dank.